Hallo Leute und willkommen zurück zu Python. Ja, heute machen wir wieder ein bisschen was zu Strings, noch ein bisschen mehr, als wir letztes Mal schon gemacht haben. Und zwar gibt es in Python so ein paar Spezialsachen, die ihr vielleicht aus anderen Sprachen kennt, sowas wie Konkatenation oder sowas. Müsst ihr jetzt aber auch nicht wissen, was das ist, ich erkläre es euch einfach. Gut, also zunächst mal, wenn ihr irgendwie ein Print-Command habt, also aus dem letzten Video kennt ihr das ja noch, hier einfach was reinschreiben und irgendwas. Und dann wird es ausgegeben. Was passiert jetzt, wenn ihr das über mehrere Zeilen haben wollt? Naja, das geht ganz einfach. Ihr könnt dann einfach dreifache Anführungszeichen benutzen. Und ja, am Ende müsst ihr dann aber auch dreifache Anführungszeichen wieder zumachen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel in einer neuen Zeile dann weiterschreiben und es wird immer noch ganz normal ausgegeben. Ich kann euch das jetzt in der Konsole nicht richtig zeigen, aber wenn ihr das nachher irgendwie mal in einer eigenen Datei schreibt, dann passt das. Also ihr könnt dann einfach drei Anführungsstriche machen und könnt dann automatisch mehrere Zeilen des Strings inkludieren. Also quasi einfach weiterschreiben in der nächsten Zeile und es wird immer noch zum String dazu gezählt. Gut, das geht natürlich genauso mit einfachen Anführungsstrichen. Also ich habe hier jetzt gerade diese doppelten, großgeschriebene zwei genommen. Ihr könnt genauso gut die einfachen nehmen, aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr natürlich hier vorne auch wieder die einfachen Anführungszeichen nehmt und es passiert immer noch genau dasselbe. Also wie gesagt, die sind etwa gleichbedeutend, nur dass man halt zwei verschiedene Anführungszeichen hat, falls man innen drin auch noch welche darstellen möchte, ohne Maskierungszeichen. Gut. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den eigentlichen richtigen Operatoren für Strings. Das glaubt man nämlich gar nicht. Die funktionieren nämlich wirklich. Und zwar kann man hier zum Beispiel sowas machen wie... Dreimal... Und dann hier ein String und dann High. Ja, was denkt ihr wohl, dass dabei rauskommt, wenn ich dreimal High hier eingib? Dann kommt Hi, Hi, Hi bei raus. Ähm, ja, muss jetzt nicht unbedingt Sinn machen, aber nur, dass ihr wisst, wie man mit den Dingern umgeht. Jetzt könnte ich hier aber tatsächlich noch sowas wie eine Addition hinten dran hängen. Plus Ho Und dann kommt Hi, 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 Ho raus. Also dieses Mal bedeutet, oder halt eine Zahl malen im String bedeutet, der wird so oft hintereinander gehängt, wie es vorne dran steht als Zahl. Und wenn ihr das Ganze mit Plus macht, dann wird es einfach einmal hinten dran gehängt. Und logischerweise kann ich jetzt hier auch noch viermal Ho hinten dran hängen. Das kommt genau aufs selbe raus. Das heißt, ich habe hier dann dreimal Hi und viermal Ho. So, wenn ich jetzt aber dieses Plus... Das kennen wir ja teilweise... Ja, okay, eigentlich kennen wir es nicht. Ähm, wenn ich dieses Plus hier rauslasse, zum Beispiel sowas hier, dann wird es trotzdem einfach hintereinander gepackt. Und man musste gar nichts dazwischen machen. Das heißt, Strings werden normalerweise automatisch hintereinander gehängt, wenn man nichts dazwischen schreibt. Also einfach nur zwei Strings. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Ähm, ich mache mal ein einfacheres Beispiel, dass wir diese dreimal nicht mehr haben. Sagen wir, wir haben hier ein Hi und hier ein Ho. Und dann kommt hier Hi, Ho raus. Gut. Wenn ich das jetzt aber in Variablen packe, sowas wie, ähm, 1 gleich Hi. Und dann sage ich hier, ich hätte gerne ausgegeben, One, also diese Variable One, nicht als String. Also in der Variable drin steht dieses Hi. Das bedeutet, dieses One ist dieses Hi als String. Das One ist einfach nur der Name von der Variable. Das könnt ihr euch vorstellen, wie bei mathematischen Funktionen x oder sowas. Also das kann sich auch ändern, wenn ich da was anderes zuweise. Und wenn ich jetzt dieses Ho hinten dran hänge, dann kriege ich einen Fehler in der Syntax, weil das eben nur wirklich mit, ähm, mit direkt eingegebenen Strings geht, nicht so hintereinander gehängt. Der Grund dafür ist folgender, wenn ich jetzt hier auch noch eine To nehme und da dieses Ho zuweise. Also hier dieses Ho. So. Was passiert jetzt, wenn ich One, Two eingebe, so wie ich das machen würde, wenn ich die Strings konkateniere? Nehme ich direkt hintereinander und nichts dazwischen. So würde das ja theoretisch aussehen. Ich meine, Anführungszeichen Hi, Anführungszeichen, hier unten am besten. Und Anführungszeichen Ho, Anführungszeichen. Das ist genau das, was wir hier getan haben. One ist hier und Two ist dieses Ho, mit Anführungszeichen, ist direkt hinten dran. Das Problem ist, One, Two könnte auch eine eigene Variable sein, denn sie hat einen eigenen Namen. Und deswegen kann man das nicht so benutzen. Ähm, ja. Ist halt irgendwann mal Schluss damit. Was wir aber machen können, ist, wir schreiben einfach One plus Two. Und dann kriegen wir immer noch ganz normal unser gewohntes Hi, Ho raus. Und so soll es ja auch sein. Also am besten benutzt ihr einfach immer dieses Plus, wenn ihr irgendwelche Strings hintereinander packen wollt. Und ansonsten, ähm, ja. Nehmt einfach immer dieses Plus, da seid ihr am sichersten. Genau. So, und im letzten Video habe ich euch gezeigt, was Arrays sind. Ähm, diese Arrays, die kann man auch auf, ähm, auf Strings anwenden. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich nehme einfach mal diesen One-String. Wir haben hier einen String, in dem steht einfach Hi drin, oder Hi, oder was auch immer. Je nachdem, wie man es ausspricht. Und indirekt ist das alles ein Array hier drin. Das heißt, wir können dieses One als Array benutzen. Also wir sagen hier einfach One. Und wir greifen an die nullte Stelle zu. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist nämlich das H. Das H ist der nullte Buchstabe davon. Und das bedeutet, diese, äh, Strings, die fangen auch mit dem nullten Buchstaben an, so wie wir es gewohnt sind. Also hier diese Null. Also das nullte Zeichen sozusagen ist das H. Das erste Zeichen ist das I. Und dann das zweite Zeichen ist nicht mehr von. Logischerweise. Wenn ich jetzt diesem One einen längeren String zuweise, ich bin ein total unnötiger Text. Ähm, ja, dann kann ich hier sagen, okay, One von, dann, naja, sagen wir mal einfach mal 10. Und dann kriegen wir ein N raus. Das heißt, entweder hier das N oder eins von diesen beiden. Ähm, wahrscheinlich aber das hier, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, ähm, wir können hier einfach auf jeden Buchstaben einzeln drauf zugreifen, ohne dass wir irgendwas damit noch machen mit dieser Variable. Wir müssen hier einfach gar nichts mehr damit machen und können das als String benutzen und gleichzeitig als Array aus Buchstaben. Buchstaben kann man übrigens auch einfach so definieren. O gleich, also O einfach mal so. Ich kann es auch einfach V nehmen. Das ist einfach bloß der Variable Name hier. Ähm, und jetzt schreiben wir hier einfach mal C für Character rein und dann schreiben wir hier wieder V hin und kriegen unser C wieder zurück. Wenn ich jetzt hier V von 0 eingebe, dann funktioniert das immer noch. Weil das, äh, mehr oder weniger auch ein Array ist. Das denkt sich ja dann quasi, okay, das ist ein String mit halt nur einem Inhalt. Ist auch okay. Kann man auch so machen. So, das bietet uns jetzt aber noch ganz neue Möglichkeiten. Denn Python benutzt diese ganzen Arrays, beziehungsweise eigentlich sind es ja keine Arrays, eigentlich sind es Listen. Ähm, benutzt es noch ein bisschen flexibler. Wir können nämlich auch von hinten anfangen zu zählen. Und von hinten anfangen zu zählen ist irgendwie cool, weil wenn wir jetzt hier uns das Ding angucken, wir wollen nicht unbedingt zählen, welcher Buchstabe hier dieses T ist. Aber von hinten können wir das durchaus machen. Das ist der letzte Buchstabe, das ist der vorletzte, vorvorletzte und das ist der drittletzte Buchstabe hier quasi. Das heißt, wir können hier einfach mal schreiben One von, und jetzt kommt's, Minus 1. Minus 1 ist der letzte Buchstabe. Ähm, 0 ist ja der erste, deswegen kann man 0 nicht benutzen. Minus 0 würde keinen Sinn machen, weil Minus 0 halt Minus 0 ist 0. Ähm, ja, aber wenn man Minus 1 eingibt, dann fängt man an von hinten zu zählen. Also immer mit diesem Minus vorne dran zählt man von hinten. Und wenn ich dann Minus 4 eingib, komme ich auch wieder bei dem T, weil wenn hier die 1 ist, dann ist das die 2, 3, 4. Das heißt, ich kann jetzt hier auch von hinten anfangen zu zählen, was irgendwie ziemlich cool ist. Und, ja, ähm, ja, jetzt kann man noch mehrere Sachen machen damit. Also man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich hätte gerne, äh, ein Teil-String von dem, was ich hier eingegeben habe, aber nur von Stelle bis Stelle. Okay, das kann man auch machen, indem man ganz einfach sagt, ähm, wir nehmen 1, also das ist immer noch unser String hier, mit diesem, ich bin ein total unnötiger Text, und sagen dann, okay, wir wollen die erste Stelle, also 0, bis, naja, das ist 1, äh, das ist 0, das ist 1, das ist 2, also wollen wir es bis 2 haben. Das Problem ist, dass es dann, äh, einen nicht dazu nimmt, nämlich den letzten. Und deswegen muss man hier immer 1 mehr nehmen, und sagt dann einfach, okay, 0, bis 3, also jeweils, äh, 0 einschließlich, 3 nicht einschließlich, beziehungsweise, ja, 0, 1, das C ist 1, H ist 2, und das Leerzeichen hier ist die 3, das heißt, 3 nicht einschließlich, also kriegen wir das ganze erste Wort, ich, als Substring. Können wir natürlich wieder in der Variablen, keine Ahnung, B zuweisen. Und hier einfach schreiben, 0, bis 3, und dann haben wir das schon in B drin. Können damit natürlich auch wieder so Zeugs machen, wie wir hier oben gemacht haben. Ihr seht, das führt irgendwie zu viel, viel verrückten Zeugs. Ähm, jetzt kann man aber folgende Sachen damit noch machen, damit die Schreibweise ein bisschen einfacher wird. Man kann sagen, okay, 0 brauchen wir nicht hinschreiben, wir schreiben einfach direkt den Doppelpunkt hin, und sagen, dann bis 3. Also, diese 0 wird hier implizit verschluckt, weil man einfach nichts angibt, dann hat man halt den ersten Buchstaben gemeint. Und da kommt auch ich raus. Selbiges kann man aber für hinten auch machen. Und zwar kann man hier einfach sagen, 1, und wir wollen nicht zählen, wie lange das ganze Ding wirklich ist. Deswegen sagen wir hier einfach, okay, wir gehen eine Zahl an, und dann machen wir einen Doppelpunkt. Und dann kriegen wir, ähm, von 4, also von dem vierten Buchstaben einschließlich, also hier haben wir 0, 1, 2, 3, und B ist dann die 4. Und dann kriegen wir den kompletten Rest von dem Teil. Und, ähm, ja, bis zum Ende halt. So, jetzt könnte es natürlich auch sein, dass wir wieder von hinten anfangen wollen, zu zählen. Also, wir wollen zum Beispiel nur das letzte Wort. Und wir wissen, dass das, ähm, dass der letzte Buchstabe, ich glaube, minus 4 war es, wenn ich mich nicht verzählt habe, gerade vorhin. Ähm, deswegen wollen wir das auch mal machen. Und das kann man auch benutzen. Man kann hier einfach sagen, okay, wir nehmen minus 4, schreiben einen Doppelpunkt, wissen nicht, wo es aufhört, aber das ist uns egal, wir lassen es einfach frei, und kriegen das letzte Wort, nämlich Text. Dieses komplette letzte Wort hier. Also mit diesem Minus fangen wir immer hinten an zu zählen, und wenn wir positive Zahlen angeben, fangen wir vorne an zu zählen. Gut. So, jetzt noch zwei kurze Sachen, die ich euch sagen möchte. Und zwar, wir können, ähm, wenn wir jetzt das hier haben, wir können diesen String nicht überschreiben. Also einen Teil von dem String zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier schreibe, wir wollen, ähm, das Wort von 0 bis 3 haben, und wollen das ändern zu, zum Beispiel, du. Dann kriegen wir einen Fehler, weil wir das nicht überschreiben dürfen, weil Strings sind sogenannte Immutable-Variablen. Das bedeutet, wir dürfen sie nicht ändern. Also sie sind wirklich atomar. Also nicht wirklich atomar, aber sie dürfen halt einfach nicht geändert werden. Ähm, genau. Behalte das immer im Kopf. Wir dürfen zwar den kompletten String überschreiben, aber nicht einfach so ein Stück davon. Ähm, da brauchen wir dann eine neue Variable, beziehungsweise wir müssen die one-Variable komplett überschreiben. Wir könnten es zum Beispiel so machen, one gleich, und dann schreiben wir einfach mal do, und wir wissen, dass es bis 3 ging. Wir brauchen hier noch vielleicht ein Nährzeichen. und dann schreiben wir plus und dann wiederum schreiben wir von 4 bis Ende alles rein. Und das wiederum geht, dann haben wir du bin ein total unnötiger Text. Entschuldigt die Grammatik, ich wollte euch bloß zeigen, wie man Teile dann überschreiben kann. So funktioniert es, anders geht es leider nicht, ähm, weil es halt gesperrt ist. Und das letzte, was ich euch zeigen wollte, ähm, ist eine ziemlich coole Sache, eine Funktion, die von Python direkt mitkommt. Die nennt sich len, und die kann man auf jeder Liste anwenden. Ich weiß nicht, ob ich euch die im letzten Video schon gezeigt habe. Ähm, da packen wir einfach in Klammern one oder irgendeinen anderen String rein und kriegen dann die Länge raus, 31. Ähm, geht aber auch mit jeder beliebigen anderen Liste, also wir können da alles reinstecken, was wir wollen. Anlisten, logischerweise. Gut, ähm, dann hoffe ich, hat es euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.